Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video, meine Freunde, der gute alte Samra, äh, der gute alte Kappi, der Albra, Mann, Tränz von Samra, Mann, er war wohl enttäuscht von seiner Menschlichkeit, weil der gute alte Kappi, mein Bruder, hat ihn gewarnt, Mann, von den falschen Leuten, Samra, was ist los mit dir, Mann, ich hab's dir auch schon oft gesagt, Mann, bleib weg von den falschen Leuten, Mann, Kappi hat's dir auch gesagt, die wollen, die benutzen sich so als Geldautomat, wie du auch in den Tricks gesagt hast, Mann, und da hörst du einfach nicht auf ihn, er schreibt, Abschiedbrief, er macht alles für dich, Junge, und nochmal schiebst du diese Filme hier, Kino, Kino, oder was, Mann, Samra, das musst du doch verstehen, Junge, dass man enttäuscht von dir ist, ja, Kappi war dein Bruder, und so gehst du einfach um, he, dass du diese altfalschen Brüder vorziehst, boah, das geht gar nicht, Mann, Samra, überleg mal, was du tust, Mann, aber hey, wenn du gemeinsam mit dir abbrechen, ist auch besser so, man, geht eure eigenen Wege, Mann, Samra, geht dein Weg, Kappi, geht dein Weg, das ist, was in Berlin lebt, zwei, das war auch nicht gut, meine Freunde, ihr müsst zugehen, das war zu Mainstream, Kappi, du musst deine alte Schiene wieder finden, Bruder, du weißt schon, mach darauf komplex, und Samra, mach wieder hier den Bushido-Nachfolger, mach hier diesen Mainstream-Scheiß, Mann, den will ich nicht sehen, Mann, okay, meine Freunde, das war so ein Video von nur zum Boss, Abonni und Like nicht vergessen, meine Freunde, und tschau, Mann, Abonni und Like nicht vergessen, Mann, wie ich meine Freunde,